Moin und herzlich willkommen. Ich stehe heute an einem Ort, der in der deutschen Geschichte im dunklen Kapitel unserer Geschichte eine Bedeutung gespielt hat. Dieser Ort heißt Vogelsang. Hier hat Adolf Hitler junge Führungskräfte ausgebildet, damit sie in seinem Sinne denken und handeln. Seine Idee vom Menschen. Und genau hier hören wir heute das Evangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus stellt also diesem Konstrukt etwas ganz anderes entgegen. Leben bedeutet leben lassen, weiter. Den Menschen annehmen, wie er ist. Nicht beurteilen nach Rasse oder Ähnlichem. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit ihm den Weg gehen. Und nicht nur auf dem Weg ihm hinterher. Und seine Ideen zu eigen machen. Seine Idee vom Menschen. Und das bedeutet eben Barmherzigkeit, Hinwendung, Nächstenliebe. So gelingt Menschsein. Im Dasein für. Und nicht eben ich. Der Rest ist egal. Vielleicht kann es ein Hinweis sein für diesen Sonntag. Diesem Jesus zu folgen, weil er eine andere Sicht vom Menschen hat. Und den Menschen ihm schätzt, wertschätzt und ihn groß macht. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeller Amen. Vielen Dank.